Typische Auslöser sind Pollen, sowohl die Frühblüher, also Birke, Erle, Hasel, Gräserpollen, ganz typisch sind auch Hausstaubmilben, Tierepithelien und nicht zu vergessen auch Insektengifte. Es ist sehr wichtig zu wissen wogegen man allergisch ist, weil nur so kann ich versuchen diese krankheitsauslösenden Faktoren oder Substanzen zu vermeiden, wie zum Beispiel wenn ich mir überlege eine Katze zu kaufen oder eine Katze zu nehmen, würde ich natürlich einem Katzenallergiker nicht empfehlen eine Katze zu nehmen bzw. wenn ich zu Besuch komme in einen Haushalt wo Tiere sind und ich bin ein Tierallergiker, würde ich mich vorsehen und schon meine Notfallsmedikamente mitnehmen. Auch wichtig ist es zum Beispiel bei der Hausstaubmilbenallergie gibt es wirklich schon sehr sehr gute nicht medikamentöse Vorgänge wie eine Haussanierung, eine Hausstaubmilbenbettzeug, Hausstaubmilbenmatratzenschoner und natürlich dass man auch weiß, wenn die Birke zum Beispiel vor dem Haus blühen wird im Frühling, dass man da besonders aufpasst. Und zwar wenn ich eben allergische Symptome bekomme, die dem ganzen allergischen Formenkreis zuzuschreiben sind, wie eine rinnende Nase, verstopfte Nase, Niesen, Augenjucken, Augenbrennen, und natürlich dann hin zu den Lungen Symptomen mit verschwärter Atmung, Husten, Schleimbildung, aber auch zum Beispiel bei Kontaktallergien mit Hautreaktionen, mit Rötung, Juckreiz oder Quartelbildung. Sehr wichtig ist die Führung eines Symptomentagebuchs. Das empfehle ich jedem Patienten, der die Vermutung hat, auf etwas allergisch zu sein, ein Tagebuch zu führen. Wann bin ich am meisten allergisch? Ist das im Jänner, im Februar, wenn ich durch das blühende Gras gehe oder wenn ich eben zu Besuch zu meiner Freundin komme, die Hundebesitzerin ist? Dimmst.